Hallo zusammen, ich bin Alex, ich bin Medizinprodukte-Technologe im ersten Lehrjahr und möchte euch mal den Berufsalltag zeigen. Kommt mal mit! Da sind wir in der unreinen Seite, da kommen die im OP benutztenden Medizinprodukte zu uns wieder zurück. Und wir tun sie dann wieder fachgerecht wieder aufbereiten. Die Berufsalltagung der Berufsalltagung der Medizinprodukte-Technologe sind. Du darfst keine Angst vor Blut haben, musst sorgfältig und präzise arbeiten gehen und zudem musst du technisch auch basiert sein. Das Coolste an meinem Beruf ist, dass ich Instrumente aufbereite, die der Chirurg braucht, um das Leben zu retten. Und ich somit einen grossen Beitrag zum Wohl unserer Patienten leisten tue. In der reinen Zone wird die Aufbereitung von den Medizinprodukten fortgesetzt. Dabei werden die Instrumente optisch kontrolliert, auf Funktion geprüft und nach Siblisten gepackt. Nach der Verpackung werden die Instrumente noch sterilisiert und auf die jeweilige Abteilung gebracht. Wir suchen Menschen mit Kopf, Hand und Herz. Und wenn es dir gefallen hat, tust du dich doch bei KSA bewähren.